Heyho und willkommen zu einem weiteren, beziehungsweise einem anderen Rainbow Six Siege Video. Wir sind auf einer Seite, die heißt Tearmaker, ist ja scheißegal, also Tearmaker.com ist die Seite, ich werde sie auf jeden Fall unten in der Beschreibung verlinken, so ist es nicht. Und ich möchte mal so ein bisschen meine Gedanken loswerden zum Thema Maps und zum Thema Map Rotation. Dann, ich habe mit Uwe und Diddy ein bisschen drüber geredet und jetzt ist ja wieder eine neue Map Rotation raus. Für die, die nicht wissen, was das heißt, bei Rainbow Six Siege gibt es in der Ranked, in der Unranked und in der Quickplay Playlist eine gewisse Anzahl an Maps, also du spielst nicht immer alle. Und das war nicht immer so, also im Ranked gab es schon immer nur eine gewisse Anzahl von Maps. Vorher waren im Quickplay alle Maps, die es gab, drin. Gut, Unranked ist jetzt immer, also ist jetzt schon was älter, aber kam erst später dazu. Unranked hat genau den gleichen Map Pool wie die Ranked Playlist und generell alles gleich wie beim Ranked, nur, dass du nicht ELO, also MR, aufsteigst oder verlierst oder schieß mich tot. Also eins, eins, das gleiche, nur ohne Ranked dann dementsprechend. Quickplay wurde, naja, ich will nicht sagen, ich weiß gar nicht, wann es geändert wurde. Auf jeden Fall hat Quickplay jetzt auch eine gewisse Map Rotation bekommen. Das heißt, es sind gewisse Maps drinnen, es sind gewisse Maps draußen und das hat auch so einen gewissen Sinn laut Ubisoft. Da bin ich aber ehrlich, oder beziehungsweise darum soll es jetzt hier auch gehen, ich stimme nicht überein. Also ich kann ja gar nicht mal meine Maus auf dem Bildschirm tun. Ha! Das wäre hilfreich. Wir fangen mal an. Ich glaube, im Moment, jetzt nicht wundern, ich tue einfach mal alle rein. Also im Moment ist Plane drin, ich meine Bank ist drin, Border ist drin, ich weiß gar nicht, ist Café drin, keine Ahnung. Das Geriworkte Haus ist drin, Chalet ist nicht drin, der Clubhaus ist drin, Konsulat ist drin, Favela ist drin, Fortress ist drin, Coastline ist drin, was ist das? Habe ich einer zu viel gemacht? Ich weiß gerade gar nicht, welche alle drin sind. Ist ja auch egal. Also die sind immer nur ein Teil der Maps drin, damit ihr versteht, was ich meine. Es ist immer nur ein Teil der Maps sind drinnen und ein Teil ist draußen und das mag ich nicht. Und im Zuge, das werde ich jetzt natürlich die Maps alle einmal ranken und auch ein bisschen erklären, warum ich kein Fan davon bin. Fangen wir direkt mit der, der jetzt hier noch als erstes ist. Diese Map gibt es gar nicht mehr. Die ist komplett raus, ihr könnt sie noch. In Terrorist Hunt gibt es sie, glaube ich, noch. Die letzte Terrorist Hunt-Mission ist auf dieser Map Bartlett University. Also ich werde diese Maps nicht nach dem, wie valuable sie fürs Spiel sind, sondern wie ich sie mag. Aber ich gehe auch darauf ein, warum ich sie nicht mag. Also fangen wir mit Bartlett an. Diese Map ist im Moment nicht mehr drin, die gibt es gar nicht mehr. Auf der offiziellen Rainbow-Seite ist sie noch nicht mehr gelistet. Also warte, ich kann euch das zeigen. Ich habe hier, genau, ich habe hier den zweiten Tab auf. Das ist die Rainbow-Six-Seite, wie viele Maps es gibt. Ihr werdet hier keine Bartlett University finden. Die ist raus. Gibt es nicht mehr. Es ist offiziell gelöscht worden. Warum auch immer. Die konnten wir früher immer wirklich online spielen. Und ich bin ehrlich, Bartlett University ist für mich sogar hier. Also wenn wir das jetzt, das mag ich mega, mag ich nicht, bin ich neutral gestimmt, mag ich weniger, mag ich gar nicht. Also so habe ich mir das gedacht. Bartlett University ist, also die Map an sich ist kacke. Ich gebe zu, der Aufbau ist schlecht. Aber sie war okay. Sie war okay, wenn du sie zwischendurch mal gespielt hast, dann war es auch mal was anderes. Du hast manchmal halt auch Maps, die dir nicht so gut liegen. Und ich bin ehrlich, sowas gehört halt für mich dazu. Deswegen bin ich kein Fan von so Map-Rotations. Weil, wenn ich die Maps so ranke, jetzt haben wir Maps, die alle scheiße sind. Nicht für mich. Also um Gottes Willen. Ich mag davon echt ein paar Maps. Aber spielerisch gesehen, was für einen Modus du spielst, also wenn du Bombe spielst oder so. Oder generell, Map-Technisch, das sind alles Maps, die nicht in der Rank-Playlist drin sind. Und aus einem guten Grund. Weil sie für den Modus Bombe oder generell einfach viel zu schlecht designt sind. Aber jetzt hast du diese Maps alle in der Quick-Play-Limage. Und das ist scheiße. Nicht, weil die Maps scheiße sind. Sondern jetzt haben wir eine Map-Rotation. In der meiner Meinung nach nur, also aufs Spiel bezogene. Ich mag echt ein paar Maps davon gerne. Da werde ich mich gleich auch noch unbeliebt machen. Glaubt mir. Maps sind, die scheiße sind. Zum Beispiel nehmen wir Plane. Plane ist bei mir auf jeden Fall eine A-Map. Ich finde die Map cool. Ich finde sie lustig. Es ist mal was anderes. Du bist in einem Flugzeug, die Gänge sind eng. Du hast in Anführungszeichen wirklich nur einen Gang, wo du von vorne nach hinten gehen kannst. Das ist mal was anderes. Das ist lustig. Aber es ist auf keinen Fall eine gute Map. Die Map ist absolut boosted. Wenn du in der LCS, LCS sag ich schon, wenn du beim E-Sport von Rainbow, wenn du da Plane reintun würdest, die Leute, also die würde nur gebannt werden. Weil keiner Bock auf diese Drecks-Map hat. Wie gesagt, ich mag die Map trotzdem. Ich spiele sie gerne manchmal. Aber Rainbow spielerisch technisch gesehen, kompletter Müll. Und sowas haben wir jetzt drin. Und ich weiß nicht, warum. Also, was heißt, ich weiß nicht, warum sie drin ist. Nein, anders kommt her. Ich weiß nicht, warum Rainbow sich hinstellt und sagt, also, dass im Ranked und im Unranked eine andere Playlist drin ist. Vollkommen okay. Die Teams können ja nicht schlecht jede Map lernen. Sondern das ist gut, wenn die dann einen Pool aus, ich glaube, 8 oder so haben und die dann lernen. Das ist okay. Das ist für den E-Sport oder für Ranked-Playlist. Macht das Sinn. Das kannst du dann üben. Aber wenn ich locker mein Casual spielen will, dann will ich doch viel mehr so Sachen zocken. Auf die ich Spaß habe. Zum Beispiel, ich mache jetzt hier nicht mit der Einfolge nach, ich mache jetzt so, wie es jetzt gerade passt. House. Die alte House-Map war bei mir hier. Die alte House-Map ist S-Plus gewesen. Also, S-Plus mit Sternchen. Aber auch, genau wie bei, noch schlimmer als bei Playen, keine Ranked-Map. Nie im Leben war das eine Ranked-Map. Es war aber eine Casual-Playlist. Also, eine Casual-Play-Map. Du bist in Quick-Player und sagst, ach, jetzt ist ein gemütliches, rundes Haus. Komplett scheiße. Der Raum, das Haus ist viel zu klein. Es gibt viel zu schnell aus dem Raum. Aber das war okay, weil es ein Quick-Play war. Es hat einfach Bock gemacht im Quick-Play. Die neue, gereworkte House ist okay. Sie ist gut. Sie gefällt mir. Ist jetzt aber nicht eine Map, wo ich mich drauf freue, wenn ich ehrlich bin. Also, das ist, die ist leider, also, das Rework ist gut gelungen. So ist es nicht. Es ist jetzt auch eine Map geworden, die man im Ranked spielen könnte. Aber das ist für mich nicht House. Das soll House nicht sein. Das wollte House nicht sein. Es sollte House nicht sein. Und das ist halt auch so, mit einer der Gründe von Ubisoft waren, ja, damit die neuen Spieler die Maps schneller lernen. So. Angenommen, ich wusste nicht, wir hatten, ich gab, gibt es die Newcomer-Playlist noch. Also, ich kann sie ja eh nicht mehr auswählen, weil ich zu hohes Level bin. Ich meine, es gab eine Newcomer-Playlist, die war bis Level 50. Und da gab es nur drei Maps drin. Das ist okay. Dann lernst du halt die drei Maps. Das ist vollkommen fein. So, dann bist du aber Level 51 geworden und bist dann aus dieser Newcomer-Playlist rausgeflogen. Und was war dann? Ja, dann kommst du auf einmal in eine Quickplay mit. Oder von mir aus gehst du dann direkt auf Ranked oder Unranked. Und hast dann aber eine Map-Rotation. Oder generell Maps, die du vorher noch nie gesehen hast. Und dann kommst du in eine Map-Rotation rein. Von mir aus am Ende. So spielst du dann noch zwei Wochen diese Map-Rotation. Denkst du dir, jetzt hast du gerade die Maps drin. Die drin sind, auf einmal wird neu rotiert. Das Argument, dass du die Maps dadurch schneller lernst, ist vielleicht, was die Anzahl, wie häufig du eine Map spielst. Also klar, weißt du, wenn der Pool nur aus acht Maps besteht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Map öfters spielst, höher. Aber das Argument mit dem schneller Lernen funktioniert nicht. Weil das ja voraussetzt, dass du, auch wenn es nur acht Maps sind, genug spielst, bis du alle kannst, bevor die neue Map-Rotation anfängt. Und das, also da musst du schon wirklich viel zocken. Also ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt bei, ich glaube, bei 1700, 1800 Stunden in Rainbow. Du musst da viel zocken. Also ich behaupte, ich kann ein paar Maps immer noch nicht gut. Also wirklich, das ist, das ist dann auch so eine Sache, ne? Da ist auch noch eine Sache zum Beispiel. Nehmen wir Chalet. Chalet wird jetzt gereworked. Chalet steht bei mir, aber auf jeden Fall hier oben, wenn nicht sogar hier. Na, ich würde sagen, doch, also, doch, Chalet fand ich schon immer cool. Ich hoffe, dass mit dem Rework machen sie es nicht kaputt. Chalet ist eine Map, die ich sehr, sehr gerne spiele. Ob sie jetzt Rank-technisch gut ist, ich meine, sie ist solide. Sie ist nicht gut, sie ist aber auch nicht wirklich schlecht für Ranks geeignet. Chalet ist eine super Map, die wird jetzt gereworked. Darauf habe ich, davor habe ich Angst, weil mir würden hier locker 30 Maps einfallen, die man eher reworken könnte. Deswegen, ne? Ist das auch. Aber, kommen wir zu einer Besonderheit oder etwas, wo ich mich mit schwer tue. Das ist jetzt, also Butter bei die Fische, das mag jeder anders sehen. Das ist jetzt eine Sache, die ich mir. Es gibt viele Maps, die ähnliche Räume haben. Zum Beispiel Chalet hat oben eine, jetzt fängt es schon an, ist das bei Chalet eine Bibliothek? Egal, der Raum, wo die Bücherregale stehen, etc. Das ist eine Bibliothek slash Reading Room. Auf Café bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das Ding Reading Room heißt. Auf Chalet weiß ich nicht, ob es Bibliothek ist oder Reading Room. Und das ist dann auch so eine Sache, ich gebe mir, ich oder beziehungsweise ich probiere, behaupte ich, Calls zu machen. Nicht, wenn ich mit Randoms spiele, also zumindest, wenn ich mit Randoms im Rank spielen würde, natürlich dann auch. Im Casual lasse ich es eher außerhalb, natürlich, ich spiele mit meinen Freunden, dann call ich natürlich. Ähm, ich bin auch ein bisschen call-fall, bin ich ja ehrlich. Aber ich gebe mir Mühe. Wenn ich es, wenn ich es mache, dann möchte ich es auch richtig machen. Und dann tue ich mich immer schwer damit, weil viele Maps einen Reading Room haben, eine Bibliothek haben. Ähm, Rezeption mäßig ist auch überall was anderes. Ähm, also viele, viele Räume oder viele Namen von Räumen werden doppelt benutzt. Oder auf mehreren Maps unterschiedlich benutzt. Deswegen zum Beispiel, das Ding am Coaster und am Haupteingang ist Lobby. Lobby Rezeption oder so heißt das. Ich würde das halt einfach nur, ich für mich wäre das halt Rezeption, also Rezeption. Ähm, das sind dann auch so, ja das sind dann so kleine Feinheiten. Sachen, die, die Maps finde ich, oder wo man einfach mal eventuell hingehen sollte, oder kann, oder ich lerne es einfach, ne. Das ist ja wie gesagt auch, ein Großteil ist ja auch meine Kappe. Dass ich mich einfach sage, hey, nennt die anders, nennt die einfach oder macht deutlicher, warum sie, oder wo drin sie sich unterscheiden. Warum ist das eine in die Bibliothek, während das andere in Reading Room ist? Hat beides Bücher, Regale und Stühle. Also, ne. So, kommen wir zum Café. Café, gereworktes Café, ähm, finde ich besser, ist aber für mich genauso wie das alte Café. Eine neutrale Map. Sie ist gut, ich habe mich nicht wirklich gefreut, sie zu spielen, ich hatte aber auch kein Problem damit, sie zu spielen. Ganz entspannt. Kommen wir zu Bank. Bank. Äh, eine gute Map, aber ich spiele sie persönlich eher ungern. Ähm, Bank wurde auch irgendwann mal angekündigt, dass sie gereworkt werden soll, aber das dauert sehr wahrscheinlich noch ewig. Bank, ich weiß, da muss ich, das ist jetzt so, ne. Uwe mag Bank, deswegen, ich mag Bank persönlich gesagt nicht. Ich finde diesen, diesen Vorderteil, also diesen Lobby-Bereich bei der Bank, an, wo wir wieder bei Rezeption sind. Und da, wo die Marble Stairs sind, also ich glaube, Marmortreppen, Marmortreppen, ähm, dieser Bereich, der nimmt viel von der Map ein. Also, das ist ja fast ein gutes Drittel, oder ein Viertel bis Drittel, würde ich sagen, von der Map. Ähm, aber das spielt kaum jemand. Also, als Angreifer gehst du da eher auch nur durch, du probierst da nicht wirklich rumzustehen, weil du halt ziemlich offen bist. Und als Verteidiger genau das gleiche Argument. Du hast einmal die komplette Seitenfront voller Glas, wo jeder Depp rappeln kann und dich wegficken kann. Klar, wenn du eine Cabrera bist und dich irgendwo versteckst, ist das was anderes. Aber diesen Bereich, der wird eher weniger gespielt und auch persönlich gesagt, benutze ich ihn sehr, sehr ungern, weil ich mich sehr, sehr unsicher daran fühle. Weil, wie gesagt, du kannst von viel zu vielen Seiten angriffen werden. Du kannst, es kann einer, einer kann von hinten kommen, durchs Fenster rein, einer kann durch den Haupteingang reingekommen sein. Ein, an, es kann, an drei Seiten kann gerappelt werden. Es kann oben einer sein, beziehungsweise, wenn du oben bist, kann unten einer sein. Es ist also auf jeden Fall, spiele ich sehr, sehr ungern. Ist nicht meins, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, Border, Border ist eine Map, ähm, die, äh, vom, ich glaube, vom Rank-Technischen, müsste die hier so im Neutralen sein, ist auch nicht so meine Map. Ich weiß nicht warum, ähm, es kann auch an dieser scheiß Durchsage liegen. Please do not attempt to cross the Helicopter. Ja, es ist, es ist, es labert dich einfach 24-7 voll und es fuckt einfach ab. Herford Base. So, ähm, das Problem ist, die Herford Base ist schon sehr, sehr, sehr lange draußen. Die Alte war bei mir S+. Ich hab die Alte geliebt. Sie war, sie war ähnlich, ähnlich wie Haus. Grottig. Grottig, also, Rank-Technisch, absoluter Garbage. Du hattest eine Treppe. Du hattest nur eine Treppe, um dich im ganzen Haus zu bewegen. Klar, du konntest draußen, gab's noch eine Treppe und hier und da gab's auch mal nochmal Seiten-Stairs, aber du hattest offiziell eine Treppe. Die neue Map ist eher... Ah, ich bin, ich will mich jetzt ja nicht aus dem Fenster legen, aber eigentlich ist die neue Map bei mir schon hier. Die neue, ich spiel sie absolut nicht gerne. Also wirklich, ich kann sie nicht leiden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, es kann daran liegen, dass ich die alte, dass ich die alte, ähm, Herford Base wirklich geliebt habe. Ähm, aber die, die gefällt mir absolut nicht. Es ist ein gutes Rework, spiele-technisch gesehen. Ähm, für mich persönlich ist es aber kein gutes, oder halt kein gute, ähm, ne, keine gute Map. Kommen wir zum Kanal. Ja, ähm, die alte Kanal-Map war, äh, hier, bei A, also, habe ich relativ gerne gespielt, also war für mich eine gute Map. Ähm, die neue Kanal-Map ist sogar S+. Die neue Kanal-Map spiele ich super gerne und ich finde, da haben sie einen richtig geilen Job gemacht mit dem Rework. Ähm, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und das ist, das freut mich, also, das, das, das ist so wirklich, da habe ich, das ist ein cooles Rework. Chaos ist so, spieletechnisch ein sehr gutes Rework, für mich leider ein nicht so gutes Rework, weil ich die alte zu sehr mochte. Das ist, wie bei Herford Base, Haus und Herford, die alten wirklich beide S, die neuen leider nicht mehr. Was schade ist. Also, das liegt auch nicht daran, dass ich, ähm, keine Lust habe, die Maps ernsthaft zu spielen, also, oder Maps habe, auf denen man gut spielen kann oder möchte. Ähm, so wie man am Plain sieht. Es geht einfach nur, ich weiß nicht um das Feeling, weißt du, manchmal, hin und wieder braucht man auch eine Map, auf der man ein bisschen trollen kann. Oder auf der man nicht richtig spielen kann, sondern, weil, um das jetzt mal so persönlich, also, ne, wie gesagt, das kann natürlich jeder anders sehen. Wenn ich das jetzt beschreiben müsste, das, oder warum ich so Plain zum Beispiel gut finde. Wenn wir jetzt, wir nehmen jetzt mal, ähm, wir nehmen jetzt mal, ich weiß gar nicht, was sind die gute Map, genau, wir nehmen jetzt mal Kaffee, Konsulat, äh, und Coastline. Das weiß ich auf jeden Fall, dass das Ranked Maps sind, und, ähm, du hast natürlich, da hast du immer einen Plan, ne, du hast, du hast meistens einen, ne, äh, bla bla bla, dann hast du halt Roma, dann hast du Leute, die, ähm, für Intel sorgen, und, dann verteidigst du das. Und du kannst relativ gut um den Raum rum arbeiten. Aber dann kommt auf einmal so eine Map wie Plain. Und alles, was du bei den anderen Maps halbwegs, halbwegs gleich machen kannst, ne, also bitte nehmt das jetzt nicht zu wortwörtlich, das mit dem Gleichmachen. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, ihr habt diese drei Maps, die alle einen hausähnlichen, beziehungsweise einen gebäudeähnlichen Aufbau haben, und womit man halt arbeiten kann, womit man von unten arbeiten kann, eventuell halt auch von oben. Ähm, und du hast, äh, gewisse Türen, etc., die du aufmachen kannst. Du hast selten, oder du verteidigst selten einen Raum, wo eine Tür, wo die Türen genau gegenüber voneinander sind. Und dann kommt aber halt Plain. Und all das, was du auf diesen drei Maps gleich machen konntest, kannst du bei Blame, bei, bei Blame, ja, moin, kannst du bei Plain seltenst so machen. Also kannst du wirklich seltenst so machen. Du hast auf einmal eine komplett andere Map. Ich weiß nicht, ich glaube, Nord und Süden ist die Spitze des Flugzeugs, oder Westen und Osten, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Auf einmal hast du eine Map, die verdammt linear aufgebaut ist. Wo du fast, wenn du die Wände alle kaputt machst, so nach dem Motto, kannst du von einem Ende bis zum anderen gucken. Auf einmal muss der Roamer was komplett anders machen. Die Intel Operator müssen sich komplett anders positionieren. Ihre Valkyrie Maestro oder Bulletproof Camera, was auch immer du nehmen willst. Lesion Minds, anders liegen. Die Angreifer müssen anders vorgehen. Du musst Angst haben, dass der Sniper durch die Fenster schießt, weil die Fenster kannst du nicht verbarrikadieren. Also Glass und Kali jetzt. So, weil zum Beispiel diese Mechanic mit Glass und Kali, das ist für einen Ranked absolut toxisch. Das braucht mir keiner erzählen. Aber für hin und wieder mal im Quick Play. Einfach mal so auf neue Basis. Du musst deinen Spielstil einfach mal komplett umkrempeln. Oder du musst dich komplett neu auf etwas einstellen. Finde ich geil. Warum machen wir eine Map Rotation? Jetzt heulen wieder alle rum. Öh, Plane ist drin. Nein, Plane ist cool. Es ist keine gute Map. Aber es ist mal was anderes. Du musst dich mal umstellen. Jetzt funktioniert nicht dein Schema F. Es tut mir leid. Und damit, meiner Meinung nach, oder zumindest von dem, was ich jetzt mitbekommen habe im Quick Play, damit kommen einfach viele nicht klar. Viele heulen rum, dass die Map scheiße ist. Nein! Du spielst einfach genauso wie auf den anderen Maps. Und das kannst du einfach nicht machen auf der Map. Du musst mal was anderes machen. Du musst dich umstellen. Du musst von mir aus auch mal einen neuen Operator ausprobieren. Einen, der vielleicht nicht 24-7 rumläuft. Sondern bleib mal in der Nähe des Objectives. Probier mal den Winkel zu halten. Probier mal nicht derjenige zu sein, der probiert zu pushen und zu peaken. Aber das wollen die Leute ja nicht einsehen. Das wäre ja zu einfach. Das wäre der Fehler ja bei denen. Das wäre ja nie im Leben. Nein, die Map ist scheiße. Es wird gesagt, die Map ist scheiße. Und das finde ich schade, weil die Map ist echt cool. Die kann cool sein. Wie gesagt, wenn wir jetzt Richtung Profi-Play gehen, würde ich natürlich auch eindeutig sagen, weil es ist, wie gesagt, es ist mal was anderes. Wenn du einen Raum hast, dann ist es arschleicht, dir zu verteidigen. Also der Retake ist hart schwer. Aber warum macht man das? Also warum flamet man dann die Map? Es gehört dazu. Nicht jede Map ist gleich. Es gibt noch was anderes. Du musst mal was anderes machen. Finde ich irgendwie kacke, dass Plane so ein Hate abbekommt. Oder generell, wo wir jetzt gerade beim Haten sind, Favela. Ehrliche Antwort? Favela kommt bei mir zu Plane. Ich finde Favela cool. Es ist mal was anderes. Es ist nicht immer dieses Gleiche. Du hast einen Raum, wo du ein paar Seiten reinforce hast. Und dann war es das. Nein, du hast Räume, wo auf einmal jede Wand aufgemacht werden kann. Wo wirklich mal jeder reinforcen muss. Auf Favela fickt es dich. Wenn die Cavera denken, nee, ich reinforce mal nicht und sprintet direkt weg. Das geht nicht auf der Map. Du musst anders arbeiten. Bei Kaffee ist das okay. Da brauchst du eins. Warte, lass mich jetzt nicht lügen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also du brauchst mindestens sechs, am besten acht Reinforcements. Am geilsten wäre natürlich, wenn noch jemand hochgeht, die Hedge macht, dann bist du bei neun. Da ist, da kann, also auf Kaffee ist das okay, wenn der, wenn die Cavera sich direkt nach einer Sekunde Spielzeit denken, ich bin weg, ich reinforce nicht. Auf Favela nimmt dich das komplett hops. Aber dann kommt auch wieder die Antwort, nö, ist ne scheiß Map. Ja, die Map ist von mir aus, also für Pro Play oder generell für Bombe oder so schlecht. Ja, verstehe ich. Ich verstehe das Argument. Aber es ist mal was anderes. Es wäre mal cool zu sehen. Ich würde so gerne mal jetzt in der jetzigen Meta Ranked Plays oder Pro Plays besser gesehen von den Pro Teams, was weiß ich, auf Favela sehen. Ich würde es mir so gerne angucken, wie die das machen. Das wäre sau interessant. Also ich fände das wirklich mega. So, machen wir weiter. Die vier Hater, vorher S-Map, nach dem Rework immer noch S-Map. An der wird nicht gerüttelt. Coastline, eine Map, die ich sehr ungern spiele. Ich weiß nicht warum. Coastline, es war für mich noch nie eine gute Map. Auch als sie rauskam. Ich weiß nicht. Also, ich mag Coastline nicht. Spieletechnisch ist das eine der solidesten Maps, würde ich sagen. Also was die Spots angeht, wie du angreifen, wie du verteidigen kannst. Ist sie sehr solide aufgestellt. Ich persönlich mag sie aber einfach nicht. Also, das ist dann, wie gesagt, das ist dann natürlich so auch mein Denken. Ich weiß auch nicht warum. Es ist jetzt nicht so, dass ich auf Coastline auf einmal meine beiden Hände verliere und nicht mehr schießen kann oder so. Also, ich mag sie einfach nicht. Ich weiß nicht, was mir, ich kann es aber leider auch nicht beschreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist bei Coastline ist das bei mir, Coastline ist bei mir einfach nur so ein Hass. So, das ist wie ich mit Paprika. Ich mag auch keine Paprika. Und ich weiß auch nicht warum. So, Paprika schmeckt wirklich. Ich esse ja hin und wieder natürlich Paprika. Und dann ist es auch immer so, ja, so verkehrt schmeckt das eigentlich nicht. Aber trotzdem würde ich sagen, dass ich Paprika nicht mag. So, ohne eine Begründung. Und genau so ist es bei Coastline. Egal, wie oft ich Coastline spiele. Egal, wie gut. Ich kann, von mir aus mache ich 15 Kills. Also, wir gehen 3-0. Ich mache alles. Und mein Team denkt sich, ah, Digga, der ist am Hacken. Ich finde die Map trotzdem noch kacke. Das ist einfach, keine Ahnung. So, kommen wir zu Konsulat. Konsulat, solide. Ich muss sagen, die Spots oben mag ich nicht. Alles, was oben ist, na gut. Und, ne, der zweite Bomben-Spot finde ich komplett toll. Also, wo der eine unten im Server ist und die andere da in diesem Tellers-Ding. Ich weiß ja auch nicht, wer sich das ausgedacht hat. Also, die liegen ja mega komisch. Dann auch der Secure-Area-Bereich, der direkt da oben im Lobby ist. Also, direkt beim Eingang da. Da fängt es schon wieder an. Heißt das Lobby? Ich glaube, ja. Oder ist das Tellers? Ist das Tellers? Und das Ding ist Reception? Ich habe keine Ahnung. Egal, der eine, der direkt da am Eingang ist. Auch komplett boostet. Also, irgendwie, den Spot kann ich ja überhaupt nicht leiden. Den verteidige ich nicht gerne. Und angreifen tue ich ihn auch nicht. Warum auch immer. Also, das ist so ein Spot. Die Spots dann wiederum unten. Also, Server und Garage. Die sind cool. Die sind auch gut gemacht. Die spiele ich auch gerne. Die greife ich gerne an und die verteidige ich auch gerne. Deswegen, für mich, nur Mittelfeld. Weil, hat er einfach. Kommen wir zu Fortress. Fortress ist eine Map, die bei mir hier unten hinkommt. Und, wie gesagt, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich finde die Map einfach schlecht. Ich weiß nicht, ob es an der Art liegt. Also, wie die Türen, wie die Räume sind. Also, wie gesagt, spieltechnisch ist das bestimmt wieder so eine B oder nicht so eine A-Map. Ich finde die Räume eigentlich relativ cool und auch relativ gut zu verteidigen oder anzugreifen. Aber, ich mag die Map nicht. Und, bei Fortress ist das wirklich, da ist das so, ich kann es nicht sagen, warum. Mag ich. Mag ich wirklich nicht. Also, da ist irgendwas im Weg, was ich nicht verstehe, warum es da ist. Und es mich einfach stört. Kommen wir zu Oregon. Vorher das Oregon, also das alte Oregon ist bei mir eine A-Map. Die neue ist sogar eine S-Map. Die neue Oregon-Map spiele ich wirklich auch sehr gerne. Also, wirklich, das ist auch wieder ein Rework. Wie mit dem Kanar-Rework. Das fühle ich einfach. Das ist gut gelungen. Nehme ich so. Nehme ich an. Nehme ich, wie ich ist. Passt. So, kommen wir zu Outback. Outback. Hier hin. Unten. Finde ich schlecht. Mag ich nicht. Warum auch immer. Warum auch immer. Outback so geworden ist, wie es ist. Wir hatten. Oder in Anführungszeichen. Sie haben es ja gezeigt mit den Reworks von Kanal, Oregon. Auch mit dem House-Rework. Beziehungsweise auch mit dem Herford-Base-Rework. Dass sie Maps designen können, die gut zu spielen sind. Oder die Rank-Technisch gut zu spielen sind. Outback ist Rank-Technisch auch eine gute Map. Ich glaube, sie ist sogar im Rank-Pool, wenn ich mich nicht täusche. Allerdings finde ich die Map trotzdem nicht schön. Ich weiß nicht, ob mich dieser L-mäßige Aufbau des Hauses schürt. Oder diese, also... Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also dieser Teil mit der Garage. Und dann hast du ja den Teil hinten mit den Nature- und dem Bushroom. Also mit diesen Hotelzimmerräumen. Die sind ja eher so L-mäßig verkantet. Ich werde nicht warm mit der Map. Also das ist irgendwie auch wieder so eine Map, wo ich sagen muss, fühle ich einfach nicht. Ist an sich keine schlechte Map. Wie gesagt, spieletechnisch ist das mindestens eine solide Map. Ich glaube, sogar... Ich würde sie sogar spieletechnisch, also was die Möglichkeiten angeht, auf eine A-Map. Also A-Leveling. Aber meine persönliche Meinung, ich spiele sie nicht gerne. Ist jetzt keine Hass-Map, also ist jetzt nicht so wirklich bei den beiden Maps, denke ich mir, äh, nicht schon wieder die. Also... No Front gegen die Maps, aber doch, denke ich mir. Und die ist so einfach nur, wo ich mir denke, man muss jetzt nicht sein. Aber ist okay. Kann man machen. So, kommen wir zu Skyscraper. Skyscraper A-A. Ist bei mir ein A. Spiele ich sehr gerne. Finde ich schade, dass sie nur in der letzten Map-Rotation einmal drin war. Jetzt ist sie wieder draußen, was ich nicht verstehe. Also, ne, das ist dann auch wieder so dieser Teil an der Map-Rotation. Ähm, also gut. Ich gehe jetzt natürlich auch von meinem persönlichen Geschmack aus. Aber du hast bei... Wenn du eine Map-Rotation hast, hast du auch immer das Problem, dass es schlechte Map-Rotation geben wird. Das heißt, das ist dann natürlich liegt im Auge des Betrachters. Wie gesagt, meine Sicht ist eventuell sehr natürlich, ähm, eindeutig anders als eure Sicht. Aber, du hast dann natürlich das Problem, sagen wir so, die Map-Rotation, da sagst du so, okay, du spielst von, ich weiß nicht, wie viele es genau sind, sagen wir, es sind acht Maps, und du spielst die Hälfte gerne. Dann denkst du dir so, okay, das kannst du machen. Weißt du, dann spielst du die Hälfte gerne, die andere Hälfte spielst du nicht so gerne. Also, wir machen jetzt einfach mal nur so, ja, nein, ne, 50-50. Dann bist du bei 50-50. Damit kann man arbeiten. So, dann kommt die nächste Map-Rotation. Auf einmal spielst du von acht Maps, spielst du sieben gerne und eine schlecht. Dann denkst du dir richtig, boah, ja, moin. Da suchtest du dann richtig rein, denkst dir richtig geil, hast richtig Spaß an Rainbow, fühlst es richtig hart geil, bist nur noch am Suchten. Zack, neue Map-Rotation. Du spielst nur noch eine Map von acht gerne. Die restlichen sieben findest du richtig grottig. Und Summa cum laude, wozu führt das dann? Natürlich spielst du dann wieder weniger. Wenn du weniger spielst, ich merke es selber, ich habe eine Zeit lang Valorant gespielt, danach, die ersten drei Tage Rainbow wieder, wo ich da richtig Rainbow reingesuchtet habe, komplett scheiße gelaufen. Das heißt, wenn das Problem bei, oder was heißt das Problem? Die Gefahr bei einer Map-Rotation besteht immer, dass du eine Map-Rotation hast, die du super geil findest, und es besteht immer die Gefahr, dass du eine Map-Rotation kriegst, die du scheiße findest. Und wenn du eine scheiß Map-Rotation kriegst, dann verlierst du den Spaß am Spiel. Aber wenn ich wüsste, also beziehungsweise, oder du hörst auf zu spielen für die Map-Rotation. Ich weiß jetzt ja sozusagen, eine Map-Rotation geht, keine Ahnung, es geht jetzt ungefähr vier Wochen. Das heißt, wenn mir die Map-Rotation nicht gefällt, würde ich sagen, dann zocke ich einfach für vier Wochen nicht. Und dieser, dass dieser, also wie gesagt, ich würde es nicht machen, dafür mag ich es immer wirklich zu sehr, auch wenn ich nur Scheiß-Maps kriege. Aber ich kann diesen Gedankengang, könnte ich nachvollziehen. Und dieser Gedankengang führt dazu, dass Rainbow halt Spieler verliert, Spieler dazu bekommen, Spieler aus der Übung kommen, dann eventuell bei einer Map-Rotation, die geil ist, wieder einsteigen, aber bis der einen Mond, keine Ahnung, wie viele Patches rausgehauen, neue Operator sind rausgekommen, und dann kriegst du da auch erstmal nur Small, und hast dann auch keinen Bock. Ich sage nicht, dass das besser wäre, wenn wir keine Map-Rotation haben, sondern einfach alle Maps drin haben. Aber ich persönlich finde es irgendwie cooler, also, das ist wie gesagt meine Meinung, ich fände es cooler, wenn alle Maps drin wären, weil dann kannst du, dann hast du auch mal, dann hast du auch mal Tage, also, ich kann ja nur das sagen, was ich bis jetzt erlebt hatte. Ich und Uwe, ähm, gestern gespielt, ich glaube von 5 Games hatten wir 4 mal die gleiche Map. Einfach weil die Wahrscheinlichkeit natürlich kleiner ist. An sich nicht schlimm, war, war eine schöne Map, ähm, also, ne, war die 4 Hater, das ist, wir mögen die 4 Hater, so ist es nicht. Aber das, irgendwie ist das schon komisch. Das ist auch so mit einer der Gründe, warum ich nicht gerne Rage spiele, oder so. Du, klar, du kannst, du kannst die Maps besser lernen, du kannst dich besser auf Maps einstellen, du kannst auf den Maps besser deliveren. Aber gerade dafür spiele ich ja Quick Match, um so viel wie möglich zu, zu erleben, in Anführungszeichen, ne, also so viele Maps wie möglich zu kriegen. Also, ich bin, also ich bin ein Verfechter, das mag jetzt, wie gesagt, jeder anders sehen. Ähm, gib mir, zumindest in der Quick, also im Ranked und Unranked, oder Newcomer, verstehe ich das vollkommen, dass nicht alle drin sind. Das ist auch genau richtig so. Finde ich, finde ich richtig so, soll so gemacht werden. Aber in der Quick Match Playlist, also im Casual, in Locker, wo du einfach nur reingehst, weil du ein bisschen Bock hast auf Zocken, dann gib mir ruhig alle Maps. Dann habe ich auch Spaß, weißt du? Dann ist es zum Beispiel, hey, dann kriege ich her for base, denke ich mir so, oh ja, das ist eine scheiß Map, aber ich weiß, nächste Runde kann ich, kann ich Kanal, kann ich vier Hater. Also, irgendwas anderes kriegen. Und selbst wenn ich danach Vordrucks kriege, die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach nochmal eine von den beiden kriege, ist dann so gering. Dann kann ich mich freuen, dass ich jetzt eine andere Map kriege. Ich kann mich darauf einstellen, ich weiß, hey, ich schalte nicht auf Autopilot, ich schalte nicht auf Autopilot beim Zocken. Die sagen nicht, okay, nö, wir haben jetzt die und die Maps in der Map Rotation, auf denen spiele ich alle, dog und bleib um Objective. Und dann schaltest du irgendwann auf Autopilot. Und wenn du auf Autopilot schaltest, wirst du automatisch schlechter. Du reagierst natürlich nicht mehr so gut, weil du viel, viel zu wenig nachdenkst, weil du viel, in Anführungszeichen, viel zu viel automatisch machst. Also Automatismus. Und dadurch, dadurch kriegst du dann, eventuell zwar deine Kills, aber du wirst schlechter, oder beziehungsweise ich finde das, wenn mir das passiert, das passiert mir manchmal auch natürlich, dass ich auf diesen Automatismus schalte, dass ich immer wieder das Gleiche mache. Und das wird dann schnell langweilig. Aber gib mir alle Maps, dann passiert das nicht. Dann muss ich mich immer wieder neu einstellen. Dann muss ich immer was anderes. Gib mir neue Modi. Oh, ich liebe Hostage. No shit, ich liebe Hostage. Das ist ein saugeiler Modus. Gut, ich spiele jetzt zwar nicht so viel Fuse, aber du, guck mal, es fängt damit an, du kannst nicht einfach alles naden, was du Bock hast. Du kannst nicht einfach mal, wie bei Secure Area, du weißt, da hinten links steht in einer Ecke, da kannst du nicht einfach mal eine Granate hinschmeißen. Weil wenn die Granate nicht trifft, ist die Gefahr, dass du die Hostage hochnimmst. Du kannst mit der Hostage rausrennen. Wenn die gerade nicht aufpassen oder Gipsflashed, gesmoked sind, nehmen die die Hostage verpisslich. Da müssen die nicht einfach den Raum annehmen, sondern du kannst dich bewegen, die müssen dir hinterherlaufen. Hostage ist saugeil, dass Hostage nicht im Rank gespielt wird. Verstehe ich. Das ist Bombe, der klassische Rank-Modus ist. Verstehe ich. Finde ich auch gut. Habe ich auch nichts mit zu meckern. Aber ich spiele doch locker. Ich spiele Casual. Ich will verschiedene Modi. Aber auch beim Casual hast du mittlerweile zu 50% hast du Bombe, zu 25% Secure Area, zu 25% Hostage. Also du spielst schon am meisten Bombe. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob die Prozentzahlen wirklich jetzt stimmen, aber gefühlt ist das so. Du spielst mehr Bombe als die anderen Moden. Was jetzt auch nicht schlimm ist. Aber mach doch, wie gesagt, Quick Play Match. Ey, Digga, das ist locker. Da kannst du alles machen. Da kannst du ausprobieren. Zum Beispiel, ich probiere auch super gerne Sachen aus. Ich gucke ja genug Rainbow Six Siege YouTube Videos oder YouTuber oder Pro Player. Ähm, so ist es nicht. Aber, es geht manchmal nicht, weil du immer wieder die gleichen Maps in der Map Protection hast. Und das finde ich kacke. Zum Beispiel, also machen wir weiter. Theme Park. Theme Park. Die alte Theme Park war für mich eine B. War für mich eine solide Map. Sie hatte hier und da ihre Schwächen, aber sie hatte hier und da auch eingestellt. So, Dimi schreibt mir. Das ist schön. Verpiss dich. Ähm, wahrscheinlich kann man es einfach mal kurz schließen, ne? So, zack, gar lang gesehen. Äh, alte Theme Park Map war für mich ein B. Also, ne? Solide. Ist okay. Die neue Theme Park Map, ich bin mir nicht sicher, ich spiele sie super gerne. Allerdings würde ich sie nicht so gerne wie Oregon 4 Hader oder Kanal oder Chalet. Ich weiß nicht, also Chalet hat sie wirklich eingetan. Ähm, doch, also die neue Theme Park Map ist erstens, äh, spielerisch, also Rainbow-technisch gesehen, eine super Map finden. Also, meiner Meinung nach, das ist natürlich, ne? Da scheiden sich dann wieder die Geister. Es gibt natürlich immer Maps, die du hatest und die du nicht hatest. Zum Beispiel, wenn wir jetzt jetzt Herford Base, ich hate diese Map einfach. Ich will mein altes Herford Base wieder. Ähm, die neue ist definitiv A. Die spiele ich gerne. Es, ist solide. Oh, kommen wir zu Tower. Tower, ähm, wäre ich jetzt Uwe, würde ich die Map hier einordnen. Ähm, ich finde es B. Ist eine solide Map, hat seine Vorteile. Ähm, ich gebe das zu, das ist komisch, dass es kein Draußen gibt für die Verteidiger und dass du immer runterrappeln musst oder halt von oben reinkommst. du kannst nicht wirklich Türen, durch die du reingehen kannst, ähm, sondern immer Fenster, beziehungsweise du droppst halt irgendwo. Ähm, allerdings hat die aber auch starke Momente. Also Tower ist B-Map. B-Map. So, Villa. Äh, damit haben wir dann noch eine Map, die ich nicht gerne spiele. Also gar nicht gerne spiele. Ähm, ich, Villa ist, Villa ist mir, ist mir, er hat nicht zu groß, aber es fühlt sich zu groß an. Also Villa ist jetzt nicht wirklich, äh, viel, äh, kleiner oder größer als Outback oder so, aber ich spiele Villa nicht gerne. Ich mag das nicht. Ich mag, ich mag dieses, ich mag auch nicht dieses ganze, die ganze Brauntöne da an der Wand und dann hast du da einen, der, was weiß ich, für einen Skin spielt auf den Red Stairs, äh, und du siehst ihn einfach nicht, weil er, also, das haben sie mittlerweile ein bisschen gefixt, also muss ich ja auch an der Stelle ehrlich sagen. Äh, allerdings ist mir, dass wenn es passiert ist, hauptsächlich auch Fortress und Villa, dass mich, dass ich wegen einem Skin nichts sehe, äh, und das finde ich, das finde ich, ist schade. Also, hat es mir, hat mir am Anfang irgendwie die Map zersaut und das ist, wie gesagt, das ist dann wie mit dieser Paprika einmal, einmal schlechte Erfahrungen damit gehabt, direkt so einen Stempel bekommen und diesen Stempel wird diese Map glaube ich auch nicht loswerden. Deswegen, Villa, Villa, ne, 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 spiele ich sehr, sehr, sehr ungerne. So, kommen wir zu einer Map, die schon seit 300 Jahren nicht mehr in der Map-Rotation drin waren, im Quickplay. Ähm, zu meinem Bedauern, weil, das ist Yacht, und Yacht ist für mich auf jeden Fall ein, ne, Essne. Ähm, ich muss jetzt auch fairerweise gestehen, das liegt auch, äh, eindeutig ein bisschen daran, dass ich, ähm, oder beziehungsweise, dass ich Frost sehr, 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 sehr gerne spiele. Frost ist, ähm, mein, meistgespielte Verteidiger, glaube ich, und Frost kam halt mit der Map-Yacht raus, äh, und dann wurde halt so viel Frost und dementsprechend, weil die Maps natürlich zu dem Zeitpunkt durch haben, dann kommen die Maps ja häufiger, gefühlt, ne, ist bestimmt eh nicht so, aber man fühlt es halt mehr, ähm, und die Map habe ich dann sehr, sehr oft gespielt, ist ähnlich wie Plain eine sehr lineare Map, deswegen, du kannst nicht so viel machen, aber das heißt dann auch wieder, du musst dich umstellen, und das ist cool, das ist cool, ich finde sowas geil, also, Fazit von dem Ranking hier, könnt ihr jetzt halten, was ihr wollt, ähm, aber ich finde, oder ich bin der Meinung, ähm, im Casual oder im Quickplay sollte man alle Maps drin, machen, erstens, damit ein bisschen Variation reinkommt, damit du auch, in Anführungszeichen, Maps lernen kannst, besser, also, ne, zum Beispiel, diese Argumentation, du lernst Maps besser, ist klar, weil du die Maps öfter spielst, aber dann bist du, in der nächsten Notation, wenn da neue Maps drin sind, fängst du genau wieder bei Null an, also du bist dann, also sagen wir, keine Ahnung, du hast deine acht Maps, und kriegst so jede, du kriegst so jede bis auf 60%, das ist cool, das ist nice, dann hast du gut was gemacht, fühlst dich halbwegs sicher, zack, neue Map-Rotation, hast du wieder acht, kriegst, sagen wir, du bleibst dran, hast richtig Bock drauf, kriegst wieder alle acht auf 60%, so, jetzt haben wir eine Mischung, dann stackst du die Maps halt höher, und dann kommt auf einmal wieder eine andere Map, die du schlechter kannst, und im Quick Play, wenn du alle Maps drin hast, es dauert zwar an sich, länger, aber du hast einen kontinuierlicheren Fortschritt von den Maps, du musst dir vielleicht auch mehr merken, weil mehr Maps gleichzeitig, man muss sich immer ein bisschen umstellen, das dauert, das dauert vor allen Dingen bei Rainbow, das verstehe ich, aber ich hätte lieber einen kontinuierlich, also das ist jetzt so persönliche Meinung, jeder Mensch lernt ja auch anders schnell, ich bin einer, ich lerne am schnellsten einfach kontinuierlich, gib mir einfach immer weiter Input, immer weiter Input, ob es neuer ist, ob es alter ist, ich kann mich immer weiter verbessern, und nicht dieses, also in Anführungszeichen, ich behaupte, jetzt bin ich schon halbwegs raus, was das Map, zumindest den Map Aufbau, und die Map Räume zu lernen, jetzt wird nur noch richtige Callouts geben, da ist es dann aber relativ egal, ob nur eine Map in der Playlist ist, oder alle, weil du musst einfach dich dran gewöhnen, dass du anfängst zu reden, und dann, das heißt, dir fehlt es halt einfach, dir fehlt diese, oder mir fehlt diese Kontinuität beim Lernen, weil es immer unterbrochen wird, weil die Maps immer gewechselt werden, du immer wieder neue Maps hast, und du auch leider, leider, immer wieder Leute hast, die ein Loose, einen Tod, oder ein, ähm, oder einen Fehler von den Teammates, viel zu sehr blamen, mit dem Argument, sind, dass die Map scheiße ist, ihr wisst gar nicht, wie viele Runden, ich auf Favela, auf Favela, und Plane habe, in letzter Zeit, wie gesagt, die sind jetzt beide drin, und das Spiel einfach nicht losgeht, im Quickplay, weil alle liefen, die kommen rein, sehen, es ist Plane, und wird instant wieder weg, rausgegangen, und wenn sie dann mal drin sind, auf Plane, wird dann rumgeheult, dass die Map scheiße ist, ja, Überraschung, wenn du immer liefst, und gar nicht erst probierst, diese Map zu lernen, natürlich wird die, hast du dann Probleme damit, natürlich ist es dann schwieriger, diese Map zu spielen, so, die tun dann immer so überrascht, das ist doch einfach nur logisch, aber mit dem Lieven bestrafen, also ich bin ja für, dass das Lieven auch im Casual bestraft wird, also wie gesagt, man kann ja immer mal lieven, ich bin auch der Letzte, der sich da rausnimmt, es ist zum Beispiel manchmal auch so, wenn Uwe sagt, hey, ich bin jetzt on, und es ist gerade 1-0 für mich, oder für die Gegner, das ist ja egal, egal, dann sage ich auch, ja, weißt du was, komm, ich warte, bis die Runde vorbei ist, und ich lief dann so, dass halt ein neuer nachkommt, oder wenn ich gestorben bin, dann gehe ich auch raus, mache ich auch mal, ja, aber das ist dann einmal in zwei Wochen, oder so, aber wenn du wirklich konsequent jedes Game liefst, wo du auf Dingsbums bist, wo du auf einer Map bist, die du nicht magst, dann würde ich da, also es muss ja wirklich nicht viel sein, also ich bin ja auch der Letzte, der dann sagt, der kriegt jetzt ein Permaban, nein, ganz entspannt, muss gar nicht, mach einfach einen Timer, sagen wir, du liefst innerhalb von, was weiß ich, von vier Stunden liefst du zwei Spiele, und wenn du dann das zweite Game liefst, kriegst du eine fünf Minuten Queue-Strafe, also kannst du für fünf Minuten nicht queuen, das reicht, das reicht meistens, glaubt mir, das ist auch bei League, League hat auch diese, League hat aber, gut, League ist auch, die Runden sind an sich etwas schwieriger, und es kann keiner nachjoinen, aber, nicht schwieriger, länger, sorry, aber League hat es auch, wenn du in der Champions Select, also im Ladebildschirm sozusagen, oder bevor die erste Runde gestartet hat, liefst, ganz entspannt, kriegst du fünf Minuten Timer, und deswegen machen das viele nicht, auch wenn sie es gerne machen würden, das hilft, es muss wirklich keine großen Strafen, um Gottes Willen, man kann immer mal liefen, man kann, ich, wie gesagt, ich bin der Letzte, der sich da rausnimmt, ich liebe auch hin und wieder mal, natürlich nicht im Rank, sondern immer im Quick Play, so dass ich rein theoretisch dem Ende nachjoinen kann, aber, hin und wieder wäre es okay, wenn man Strafen verteilt, ich würde dann auch hin und wieder eine Strafe bekommen, ja, aber das ist dann okay, aber jetzt so gar nicht, weil, also ich behaupte, ich bin wirklich einer, der wenig liebt, wenn ich liebe, dann ist es wirklich, wenn ich halt, wie gesagt, das mit, ich bin gerade in der ersten Runde und dann kommt ein Kollege und dann sage ich so, ach, weißt du was, komm, dann gehe ich jetzt raus, meistens sage ich natürlich auch, ich spiele die Runde zu Ende, aber manchmal ist es halt einfach, du hast keine Lust, gerade die Runde zu Ende spielen, ist okay, oder manchmal, keine Ahnung, klingelt, was weiß ich, meine Eltern wollen was von mir oder so, dann gehe ich auch raus, das ist okay, weil es wie gesagt nicht oft vorkommt, also oft, wenn ich das auf einen Monat hochrechnen würde, im Monat lief ich, wenn es schlecht läuft, zweimal ein Game, Internetprobleme ausgenommen, natürlich, ähm, also wirklich, das ist dann, das ist dann okay, aber wenn du wirklich immer entliefst, Digga, wenn ich in eine Favela-Runde reingehe, ich brauche zehn Minuten, bis die erste Runde startet, weil immer wieder lieft, ein neuer Nachschalt, dann dauert es wieder, der checkt dann auch, scheiße, wir spielen in Favela, verpisst sich wieder, es ist einfach, ich glaube, das wäre auch weniger, wenn die Maps, alle im, der Quickplay-Match drin sind, oder alle im Map-Pool sind, ähm, deswegen, ich bin dafür, dass, alle Maps drin sind, falls ich es noch nicht mitbekomme, das ist dann auch das Fazit, ich habe schon viel zu lange gelabert, ich glaube, das guckt sich kein Mensch an, ähm, tut mir natürlich leid, aber, das muss, ich, keine Ahnung, das musste ich jetzt einfach mal loswerden, und darf ich mir kommen, dann nimmst du es auf, ähm, da können sich mehr Leute drüber lustig machen, wie ich mich drüber aufrege, dass in einem Videospiel, die gewissen Maps nicht drin sind, und, das soll es dann auch gewesen sein, wie gesagt, der Link, ähm, von dem Ding hier, was ich gerade benutzt habe, also von diesem Ranking-Ding, sehr wahrscheinlich von dem Typen da unten gemacht, ähm, ist natürlich in der Videobeschreibung, und, ansonsten würde ich sagen, das soll es gewesen sein, Ubisoft bringt alle Maps bitte wieder in die Quickplay-Matchpool, und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, falls es, falls ihr es bis hierhin ausgehalten habt, bedanke ich mich natürlich vielmals fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut da rein!